Hallo, ich bin Michaela und ich vorbereite heute unser Frühstück. Du hast es piepst? Nein, kein Problem. Ah, ihr braucht die Papa. Okay. Okay, jetzt habe ich auch ganz schön zugemacht. Das sind die Tomaten und das ist die Paprika. Und das liegt dann halt kurze Eier, die jetzt geschält wurden, die riecht kurz. Jetzt mache ich die Pfeil auf. Kannst du was schwimmen? Oder Salamiwurst? Knoblauch. Knoblauch. Knoblauch, ja, mit Knoblauch. 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 So, es hat Platz. Und Käse. Ja, ich bin Käse. Machen wir jetzt oder Papa? Jetzt bauen wir mal die Eier. So. Und jetzt zuerst mal die Aliyah. Und das ist bei Stella, dann das Brot mit der Aliyah. So, geil. Stella. Ich nehme die Pfeil mit dem Pop. Und jetzt das Brot. Dann das Brot mit der Aliyah. So, geil. Und jetzt? Okay. Das ist ja, das ist ja gr tract. Sogar gibt es jetzt. Dann ist Du so sehr Pol-Unsch transformed. Das ist das Lissgott. Hier bin ich streichkiesel. Käse ist alles. Ist er? Ja. Oben. Dann kommt der Papa. Ich bin kaputt. Aufmachen. Wie ist das? Nein, der andere. Der Papa hat nicht richtig hingekriegt. Ist kein Problem. Du kannst schon reißen. Kannst du bitte Brot geben? Brot geben, bitte. Du kannst schon viel Brot geben, da bitte. Ja. So, das wir brauchen nicht. Nehmen wir den. Okay? Okay. 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 Brot. Nicht so viel. Nicht so viel. Das ist so salzig. Dankeschön. Ja. Paprika. Mhm. Paprika. Auch in deinem. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Jetzt da. Gurken. Du machst gerne Gurken. Okay. Für mich. Paar. Mhm. Ich will Paar für mich. Hey. Kannst du mir ein Käse geben, bitte? Dankeschön. Mhm. Danke. Okay. Karotten. Karotten. Verilig. Wo? Tomaten? Ja. Mhm. Nicht so viel? Das ist schon so viel. Lass du. Okay. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Ist das lecker? Ja. Bestimmt lecker. Und ich nehme die ganze Wurst. Nein. Sie tschüss. Wir genießen. Tschüss. Wir genießen. Tschüss. Einfach gut. So doch. Was isst du danach? Karotten. Bist du ein kleiner Banni. Mhm. Und schmeckt der Karotten? Wie bei Batsch bei den Jürgen Jürgen. Ich tschüss. Ich tschüss. Ich tschüss. Ich will immer gegessen werden. Mip, mip. Mip, mip. Mip, mip. Mip, mip. Mip, mip. Und ischma... Ähm, isch was da? Was isch was da? Isch was da? Isch was da? Mip. Isch was da? Heißt so. Isch was da? Nein. Isch was da? Isch was da? Brot wurde mit Frauen und Wehen gemacht und Brot wurde aus Meissen gemacht. Brot wurde aus Meissen gemacht. Brot wurde aus Meissen gemacht.